Man kann ja jetzt nicht nach Österreich oder jetzt in den Winterberg oder sowas und jetzt habe ich die Chance genutzt, wenn wir hier immer im Norden Schnee haben, dass man hier den kleinen Berg wenigstens hoch fährt. Würde ich noch jemanden haben, der eine Anhängerkupplung hat, ein Seil dran, damit er mich ziehen kann, das wäre auch besser. Müsste ich hier den Weg nicht nur zu Fuß hochlaufen. Weil es den Kindern Spaß macht. Die Kinder sind fröhlich, glücklich, wie beim Schnee. Die sind über die Kälte nicht so froh, aber das ist Abwechslung pur. Corona mal abschalten, rausgehen, mit den Kindern spielen, ist schon gut. Ja. Ja. Ja.